Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir sind mittlerweile in Kuta angekommen und man muss gleich mal dazu sagen, dass wahrscheinlich seit unserer kompletten Reise, seit über einem Jahr, für uns das schrecklich für Ort, oder? Ja, also mich kreizt nicht wirklich hier. Also man weiß jetzt nicht das erste Mal wie es hier aussieht, ich zeige euch mal einen kurzen Strand. Also der ganze Strand, Das ist komplett voll mit Müll. Überall ist flaschig. In der 100 Meter hast du einen Müllhaufen? Riesenmüllhaufen. Dann das nächste ist, man kann keine 5 Meter laufen, ohne dass man ständig angesprochen wird. Und immer halt sehr aufdringlich. Die Leute wollen dir irgendwas verkaufen. Das ist auf der einen Seite ok, aber auf der anderen Seite immer die 4-5-fachen Preise, die du angeboten hast. Jeder will dich abzocken und alles. Am Anfang ist es ja noch ok, aber nach der Zeit ist es sowas unlaufig. So langsam nervt es wirklich. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Und selbst wenn du hier auf der Liege kommst du her und willst dir irgendwas verkaufen. Ständig, ja. Am besten bleibt gut da fern. Es gibt viele schöne Plätze in Bali. Und das lustige ist auch noch, man hat jetzt das Gefühl hier sind fast alle Touristen. Also dass fast jeder hier ist. Hier ist es total voll und ich verstehe es. Wir verstehen es eigentlich überhaupt nicht, weil es ist schrecklich eigentlich. Ja, wir sind jetzt hier heute noch am Beach, weil wir wollen auch im Süden ein paar Sachen nur anschauen. Ja, bevor wir dann weiter gehen. Ja, genau. Also... Rasse ist ja hier. Hier hat es ja liegen und hinter uns hat es Stühle mit Gornischirn. Ja. Und dann kommen sie her und wollen die liegen und wollen Geld dafür. Ja, und dann hat er uns... Was wollen die dann immer? So 100, 100.000 Rukien pro Stunde. 10 Dollar pro Stunde. 10 Dollar pro Stunde. 10 Dollar pro Stunde. Und das haben wir natürlich nicht gezahlt. 10 Dollar pro Stunde. Also lasst euch hier nicht absurden. Passt auf. Vor allem dann aber mit so einem Strand, weißt du... Dann ist gerade warm. No, thank you. No. No, thank you. So. Am Anfang ist man ja immer noch schön freundlich, aber nach dem Zelt ist es nur nicht laufen. Ja, wie ich gesagt, wir sind jetzt hier... Ich komme mir schon ein bisschen komisch vor, hier am Strand zu sitzen, weil ja einfach überall im Bundeskanzler war. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt so gut gesehen haben. Das ist einfach... Man kann hier nicht ins Wasser laufen, also stummig. Selbst wenn man baden geht, schwimmt hier dann was entgegen. Ja. Geht nicht nach Putta. Sonst... Schön. Alles andere ist schön. Viele Plätze. Ja. Gutta. Ja. 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 Ja.